überhaupt so viel Popularität bekommen hat, denn er hat frühzeitig darüber aufgeklärt und war frühzeitig mit Julia Reda, gemeinsam von den Piraten, an erster Front und ist hingegangen und hat Menschen darüber unterrichtet, warum dieser Artikel 13 eigentlich, so wie er geplant ist, gar nicht erst umgesetzt werden kann. Ich erachte das für nicht nur politisch wichtig, sondern vor allen Dingen auch einfach generell, was das Allgemeinwissen angeht, auf jeden Fall extrem wichtig, denn ihr solltet euch auf jeden Fall mit der Thematik auseinandersetzen, denn ihr solltet auch wissen, dass ihr als normale User davon auch wahrscheinlich irgendwann sehr bald betroffen sein könntet und Artikel 13 deutlich weitreichendere Folgen haben könnte, als tatsächlich nur eventuellen Wegfall von YouTube oder sonstigem. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz an, was Timo Wölken hier letzte Woche, beziehungsweise doch letzte Woche war es, im EU-Parlament verargumentiert hat. Let's go. Vielen Dank. Herr Wölken, bitte. Ja, vielen Dank. Wir erleben seit dem Abschluss der Trilogverhandlungen eine... Die Trilogverhandlungen, für euch ganz kurz zur Info, sind die Verhandlungen, die über das Urheberrecht quasi abstimmen, beziehungsweise die den Urheberrechtsaspekt mit quasi inbegriffen haben und sind, glaube ich, letzte Woche, wenn ich mich nicht irre, zu Ende gegangen und darüber redet er quasi. Das sind die Verhandlungen, die im Europäischen Parlament stattgefunden haben bezüglich dieser ganzen Geschichte. Ja, so glaube ich, selten dagewesene Debatte, insbesondere unter jungen Europäerinnen und Europäern. Diese Debatte ist so stark, dass letztes Wochenende ungefähr 2000 Menschen in Köln gegen diese Reform demonstriert haben. Was mich daran erfreut, ist, dass junge Menschen sich für Politik interessieren. Ja. Was mich entsetzt zurücklässt, ist, dass auch in diesem Haus Kolleginnen und Kollegen unterstellen, dass Unterschriften gegen diese Gesetzgebung vom Bots generiert wurden werden. Und da muss ich, Timo Wölken, hundertprozentig zustimmen. Ich habe auch schon mehrere Tweets seitens dieser Meinung verpasst. Im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sein, Leute. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit, dass sich Politiker hinstellen, dass Politiker sich hinstellen und sagen, okay, wir erkennen die Stimme des Volkes, eine öffentliche Petition, Demonstrationen, E-Mails, Anrufe, erkennen wir nicht an und tun das Ganze als Falschmeldung, als Fake News oder sogar als Bots ab. Ja. Und da gibt es wirklich einzelne Politiker, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, vielleicht hat der eine oder andere das auf Twitter bei mir mitbekommen, die wirklich gesagt haben, hm, das ist aber extrem auffällig, Leute, dass jetzt hier der Großteil der E-Mails tatsächlich, tatsächlich von Gmail-Konten kommt. Wie kann das denn sein? Google, habt ihr das denn überhaupt nötig? Und da muss ich ganz ehrlich nicht nur am technischen Verständnis dieses Menschen zweifeln, sondern auch irgendwo ein bisschen am Menschen verstanden. Denn ich finde, das ist eine höchst populistische und komplett undemokratische Aussage, Gegenwind einfach damit abzutun, indem man sagt, ja gut, das sind ja keine echten Stimmen, die da gerade sich laut werden. Das ist ja alles nicht real. Das betrifft uns ja gar nicht. Wie kann man denn so dermaßen arrogant sein? Wie kann man denn so unglaublich undemokratisch und arrogant vorgehen, wenn man doch politischen Gegenwind erfährt? Verstehe ich nicht. Als Politiker, gerade als Politiker, sollte man noch durchgehend bedacht sein, seinen potenziellen Wählern, seinen potenziellen Wählern das zu geben, was sie möchten und diesen Wählern auch gehört zu schenken. Und wenn ich politischen Gegenwind erfahre, dann sollte ich als Politiker in der Lage sein, mich damit anständig auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, es sind ja alles nur Bots. Dass unterstellt wird, dass die jungen Menschen, die sich mit Politik auseinandersetzen, sich instrumentalisieren lassen oder gar nicht existieren. Das Instrumentalisieren geht darauf zurück, dass behauptet worden ist, wohl auch in internen Kreisen, dass das alles eine groß angelegte Aktion der Internetkonzerne sein soll. Also, dass Facebook und Google scheinbar dahinter stecken und die Leute das selber gar nicht möchten, aber Facebook und Google sie darauf hingehend gebrainwashed haben, dass sie nun diese Meinung öffentlich vertreten. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil jeder Mensch, der im Internet tätig ist, sieht seine Existenz, privat oder auch geschäftlich, dadurch natürlich massiv in Gefahr. Und das merke ich halt mittlerweile auch. Ich glaube, ich sitze da mit am besten an der Quelle. Ich habe eine relativ junge Zielgruppe, dessen bin ich mir bewusst. Und ich kriege sehr wohl mit, wie viele Menschen tatsächlich berechtigtes Interesse an dieser ganzen Geschichte haben. Und ich glaube, ich brauche das euch auch gar nicht aufzuschließen, dass natürlich diese Anschuldigungen, diese populistisch-stupiden Dinge, die da wirklich kundgegeben worden sind, zu sagen, ja, das sind ja Bots, das ist ja gar nicht real, dass das überhaupt, dass das gar nicht, dass das non-existent ist, das wissen wir alle. Aber ich merke tatsächlich wirklich, wie sich in meinen Kommentaren, in meinen DMs oder auch auf Twitter oder auch auf YouTube wirklich dahingehend etwas tut. Das heißt, es entwickelt sich ein politisches Bewusstsein und ein politisches Interesse, was wichtig ist, nicht nur bezogen auf Artikel 13, sondern generell. Denn es ist leider ein zunehmender Trend gewesen, dass Jugendliche oder jüngere Menschen sich immer mehr, ja, nicht Politik verdrossen, aber vielleicht Parteiverdrossen und damit, ja, eventuell Politik uninteressierter gegeben haben. Und ich finde es gut, dass Timo Wilken sagt, das sind echte Leute und diese Leute möchten gehört werden. ...plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitter generell infrage gestellt werden. Und das möchte ich hier nur mal sagen, Leute. Es geht hier nicht darum, dass eventuell ein YouTube-Kanal gelöscht wird, sondern es geht darum, dass ihr, ihr als Privatperson vielleicht sogar in Gefahr oder in die Bedrängnis kommt, dass ihr nicht mehr die Möglichkeit habt, auf Facebook sämtliche Bilder zu teilen, dass ihr nicht mehr die Möglichkeit habt, eventuell auf Twitter Memes oder Sonstiges zu teilen und dass auch vielleicht eure Mutter oder eure Urgroßoma vielleicht nicht mehr in der Lage ist, seltsame Gummibärchen und Hunde-Videos auf Facebook zu teilen. Das gerät damit alles in Gefahr. Und das ist scheiße. Das ist extrem scheiße. Das wissen wir alle. Denn wir alle sind in diesem freien und unkontrollierten, unzensierten Internet groß geworden. Natürlich ist das nicht immer richtig. Natürlich gibt es da in diesem rechtsfreien Raum im Wilden Westen, wie die CDU das gerne sagt, einiges an Überarbeitungsbedarf, was die faire Entlohnung von Urhebern angeht. Das stellt ja auch niemand in Frage. Ich selber als Urheber sage, genau das ist das, was wir brauchen, eine Überarbeitungsreform. Aber das kann nicht durch Upload-Filter oder sonstige Geschichten geschehen, Leute. Denn das ist falsch. Das ist grundlegend falsch und greift wirklich den Kern des freien Internets einfach an. Und das können wir uns nicht erlauben. Wir alle sind in diesem Internet groß geworden. Wir alle arbeiten mit diesem Internet. Wir verbringen unsere Freizeit in diesem Internet. Wir möchten uns das nicht nehmen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich finde es extrem, ich finde es extrem schwierig und extrem erschreckend, dass sich trotz dieser ganzen Gegenwind-Aktionen relativ wenig Leute bis dato damit auseinandergesetzt haben. Das finde ich schade. Auch seitens der YouTuber. Ich möchte jetzt keine Namen nennen oder sowas, aber ich finde es gut deutsch scheiße, dass andere große YouTuber, die sehr wohl wissen, was da gerade passiert, aus Angst eventuell mit falschen Aussagen verknüpft zu werden oder sich maximal unpolitisch geben zu wollen, was ich alles nachvollziehen kann, aus dieser Angst nichts sagen zu dieser ganzen Thematik. Es bedarf jetzt wirklich einer breiten Aufklärung. Es muss sämtlicher, sämtlicher Konsens, sämtlicher Content im Internet sollte eigentlich nur noch Artikel 13 sein. Weil danach gibt es vielleicht kein Content mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ist das Material, was hier gerade hochgeladen wird, Eigentum desjenigen, der postet, befindet sich darin urheberrechtliches Material und falls ja, das Ganze müsste gesperrt werden. Und das ist rein technisch nicht umsetzbar. Ergo, die Seite geht vom Netz. Ergo, die Seite ist quasi zensiert worden durch diesen Filter. Einfach nur, weil dieser Filter rein technisch nicht umsetzbar ist. Und es ist ja nicht nur so, als wäre YouTube nur Unterhaltungscontent. YouTube hat eine Menge an Wissenscontent, der meiner Meinung nach nochmal eher erhaltenswert wäre, als der Unterhaltungscontent und der Gaming-Content und allen anderen Kram. Das heißt auch eventuell Gründer, die gerade im Begriff sind, gerade im Begriff sind, solche Sachen umzusetzen, sind eventuell in der Gefahr, ihre Geschäftsidee, für die sie schon lange Zeit gearbeitet haben, gar nicht erst online zu bringen. Und ich möchte erstmal hier an Frau Rosier verweisen, die im Hintergrund am Handy scrollt, die nämlich sich für Artikel 13 ausgesprochen hat. Die junge Dame scrollt hier gerade ganz unbewusst am Handy. Im besten Falle sogar noch auf Facebook und kriegt es wahrscheinlich gar nicht erst mit oder denkt wahrscheinlich gar nicht erst soweit, postet gerade vielleicht ein lustiges Hundebild und wird sich gar nicht im Klaren sein, dass das vielleicht in x Monaten, wenn das Ding dann durch ist, gar nicht mehr machbar ist. Und diese Filter kosten Millionen, Leute. Der YouTube-Content-ID-Filter, lasst es mich kurz nachschauen, YouTube-Content-ID-Filter seit dem Jahr 2016 hat 60, 60 Millionen, 60 Millionen US-Dollar gekostet. Seit 2016, laut dieser Internetseite, laut Motherboard, kann man glaube ich was drauf geben. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie gut der YouTube-Content-ID-Filter funktioniert und wie viele fehlerhafte und missbräuchliche Verwendungen es vom Content-ID-Filter und vom Content-ID-Programm nach wie vor gibt, dann dürfte jedem normal denkenden Menschen ganz schnell klar werden, dass wenn es nicht mal Google schafft, und Google ist der Internetkonzern, neben Facebook und vielleicht Apple, wenn es nicht mal Google schafft, einen Filter, der 60 Millionen US-Dollar gekostet hat, auf die Beine zu stellen, der reibungslos funktioniert, wie soll dann bitte eine Pete's Meet.de-Plattform, eine Gronk.de-Plattform, eine Wer-Kenn-Wen-Plattform, ein lokales Facebook, ein Forum für organische Bauern, was weiß ich, wie soll so eine Plattform es auf die Beine stellen, so einen Filter zu finanzieren, das ist schwachsinnig, das ist Wahnsinn, das ist nicht möglich, man kann nicht einfach sämtliches Copyright-Werk der Welt in einen Topf schmeißen und sagen, so, und der Filter wird doch jetzt wohl intelligent genug sein, um zu erkennen, ob das jetzt Parodie oder nicht ist. Auch eine Sache, wo ich mich unglaublich, unglaublich drüber aufgeregt habe, das war wirklich eine Sache, Leute, da bin ich nicht mehr klargekommen. Ich hoffe mal, sie haben es nicht gelöscht, jedenfalls hat die GEMA gesagt, moderne KIs können doch mittlerweile Autos einparken und können einkaufen und Gesichter erkennen, dann wird es ja für diese Plattformen und mit ihren KIs ein leichtes sein, auseinanderzuhalten, ob es Parodie oder Original ist. Nein, 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 einfach nein, einfach, einfach nein, einfach nicht möglich. Einfach de facto nicht möglich, denn, ähm, wie soll eine KI, und wir sind momentan am Anfang der KI-Forschung, wie soll eine KI so weitreichend, wie soll eine KI ein Verständnis für Humor entwickeln? Wo soll eine KI, wenn nicht mal ein, ein, ein Mensch, der eventuell, äh, Ahnung davon hat, der, der ahnungslos ist, erkennt, wie soll das machbar sein? Es ist, es ist de facto unmöglich. Schaut euch das hier mal ganz kurz an, hier ist es. Künstliche Intelligenz kann heute Gesichter erkennen, Vorlieben herausfinden oder sogar selbstständig einpacken. Da sollte es ein leichtes sein, zwischen Original und Parodie zu unterscheiden. Ich habe noch nie so einen belanglosen Scheiß gehört. Und das Schlimme ist, Leute, das sind alles Menschen, die keine Ahnung von Technik haben und diese Sachen befürworten und das so durchbringen. Danke für den Tweet. Das ist blanker, das ist, das ist peinlich. Das ist peinlich für die EU und das ist peinlich für unsere etablierte Politik. Richtig, dieses, dieses, dieses Prinzip zu sagen, ich blockiere erstmal grundlegend alles weg und danach entscheide ich, ob es überhaupt eine Urheberrechtsverletzung gewesen ist oder nicht. Tut mir leid, das kann doch kein Maßstab sein, mit dem man argumentiert. Das kann doch nicht sein. Ich finde das so unglaublich dreist, dass die da im Hintergrund am Handy sitzen. Die sitzen da im Hintergrund am Handy und es interessiert sie einen Scheißdreck, was die Gegenseite sagt. Ich finde das einfach nur, ich finde, ich finde, ich bin angewidert davon. Ich bin angewidert davon und es macht mich aufs Tiefste betroffen und traurig, dass solche Menschen es geschafft haben, im Europäischen Parlament zu sitzen. Aber wenn man sich mit IT-Experten unterhält, sagen sie einem, wir wissen nicht, wie das funktionieren soll. Richtig, weil es de facto nicht umsetzbar ist. Es ist de facto nicht machbar, diese Richtlinie so einzuhalten. Und wie kann Lobbyismus muss mittlerweile so weit in die Politik vorgedrungen sein, dass es große Urheber, Moment, Urheber ist falsch, große Lizenzinhabern, große Lizenzinhaber, wie beispielsweise Bertelsmann, gibt, die diese Reform so sehr durchgedrückt haben, dass sie, obwohl sie rein technisch de facto nicht realisierbar ist und eigentlich komplett irrsinnig ist, trotzdem vor dem Europäischen Parlament diskutiert wird. Und es trotzdem so viele Politiker gibt, die dafür stimmen. Und es gibt noch eine Menge andere Geschichten, die das Ganze noch schmieriger machen. Das durchgehende Verstoßen gegen den Koalitionsvertrag, der auch schon damals bei Umweltreformen und sowas gewesen ist, das Verstoßen der CDU, dass Merkel das Ganze jetzt noch befürwortet, obwohl Katharina Barley, die Bundesjustizministerin gesagt hat, hey, ich bin dagegen, ich möchte euch aufzeigen, dass das kein Weg ist, obwohl das dann noch Rückenhalt bekommt und da wieder mal gegen einen bereits bestehenden Koalitionsvertrag verstoßen wird. Also, ich zweifle manchmal wirklich an unserer Demokratie, denn ich habe das Gefühl mittlerweile, dass diese Demokratie doch eher zu einem rein kapitalistischen Spiel geworden ist und das zeigt sich, glaube ich, an dieser Geschichte ganz gut, dass vor allen Dingen und das tut mir am meisten weh, weil ich fand das immer wichtig, ich fand das immer sehr wichtig, Leute, dass junge Leute mit Politik auseinandersetzen und ich finde es einfach ein Hohn und ich finde es dreist, einfach gesagt wird, diese Stimmen existieren nicht, diese Stimmen hören wir nicht, diese Stimmen erkennen wir nicht an und die nehmen wir nicht ernst und ich kann komplett nachvollziehen, Leute, dass sehr viele den Glauben an eventuell jetzt sogar eine europäische Einheit vielleicht sogar verloren haben, obwohl ich starker Befürworter der EU bin und sie als extrem wichtig erachte und die Grundidee einer EU sehr, sehr befürworte, aber wenn sich jetzt zwei starke EU staaten, nämlich Frankreich und Deutschland für die potenzielle oder missbräuchige Zensur, die dadurch resultieren könnte, einsetzen, getrieben von rein kapitalistischen Interessen, die aus einer Menge Lobbyarbeit rühren, dann ist es doch einfach echt ein Schandblatt, finde ich, für unsere europäische demokratische Union, oder? Tut mir leid, also ich finde es einfach schwach, ich finde es einfach sehr schwach und wie gesagt, ich kann sehr gut verstehen, dass sehr viele Leute lange Zeit kein Interesse für Politik hatten, weil solche Dinge leider Gottes nicht zum ersten Mal passiert sind. Ich möchte hier auf jeden Fall an der Stelle nochmal auf eine Demonstration aufmerksam machen, Leute, die am Samstag in Köln stattfindet. Am Samstag am 23.02.2019 Neumarkt treffen wir uns alle und gehen gemeinsam von Dordos zum Ottoplatz zum Deutscher Bahnhof unter dem Hashtag Wir sind keine Bots, vereinigen wir uns und gehen da auf jeden Fall auf die Straße. Ich werde auf jeden Fall auch vor Ort sein, da ich die letzten Samstag leider nicht dabei sein konnte. Ich finde es extrem gut, dass Sebastian Worm seines Zeichens Veranstalter sich hier auf jeden Fall dafür bereit erklärt, ein potenzielles Risiko aufzunehmen, weil was bei der Demo passiert ist, glaube ich, immer noch dem Veranstalter zuzurechnen, wenn ich das richtig verstanden habe damals und ich finde es extrem stark, dass er da von diesem Recht gebraucht macht, von dem Demonstrationsrecht und das halt tatsächlich so einleitet und auch ordnungsgemäß anmeldet. Ich würde mich sehr freuen, Leute, dass ihr alle vor Ort seid, wenn ihr die Möglichkeit habt, jetzt bis Samstag nach Köln zu kommen. In zwei Tagen um 13 Uhr treffen wir uns am Neumarkt und gehen von dort aus gemeinsam demonstrieren und anmeldet. ...